Die Betonsäge ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das speziell für das präzise Schneiden von Beton entwickelt wurde. Sie spielt eine entscheidende Rolle in Bau- und Renovierungsprojekten, da sie es ermöglicht, Betonoberflächen präzise zu durchtrennen und so unterschiedliche Bauprojekte zu realisieren. Die Betonsäge kommt in verschiedenen Varianten wie Handsägen, Tischsägen oder Wandsägen vor und ihre Vielseitigkeit ermöglicht es, sowohl einfache Schnitte als auch komplexe Formen und Muster zu schneiden. Dank ihrer Effizienz und Genauigkeit ist die Betonsäge ein wichtiges Werkzeug für Bauunternehmer, Handwerker und andere Fachleute, die im Bauwesen tätig sind und trägt wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung von Bauprojekten bei. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Betonsäge. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Boxdeck Betonsäge. Mit beeindruckenden 2800 Watt Leistung bietet diese Betonsäge die erforderliche Power, um mühelos durch Beton zu schneiden. Ob auf der Baustelle oder als professioneller Handwerker, diese Säge wird dich nicht im Stich lassen. Die 350 mm Diamantscheibe sorgt nicht nur für schnelle Schnitte, sondern auch für präzise und saubere Ergebnisse. Mit ihrer diamantbeschichteten Kante bewältigt die Boxdeck Betonsäge mühelos verschiedene Materialien, von Beton über Stein bis hin zu Mauerwerk. Sie wurde für die Anforderungen auf der Baustelle konzipiert, ihre robuste Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer und hält den Belastungen stand, denen du sie aussetzt. Dank intuitiver Bedienelemente und einem ergonomischen Design ist die Bedienung der Betonsäge von Boxdeck einfach und bequem. Du kannst dich auf deine Arbeit konzentrieren, ohne dich um komplizierte Einstellungen sorgen zu müssen. Bitte wähle im Warenkorb aus, ob die Säge mit oder ohne Scheibe geliefert werden soll. Hier ist der Punkt Nummer 4, Tixbalgo Betonsäge. Die Wasserpumpe mit einem 16,4 Fuß Schlauch ermöglicht eine schnelle Wasserzufuhr, verbessert die Effizienz des Schneidens, reduziert Staubspritzer während des Schneidens, senkt die Temperatur des Sägeblatts und verlängert gleichzeitig dessen Lebensdauer, um die Gesundheit zu schützen. Mit einer leistungsstarken 4000 Watt Motorleistung, einer hohen Geschwindigkeit von 3000 Umin, manuell einstellbarer Notiefe und verdickten, scharfen Klingen mit einem Durchmesser von 13,78, kann sie einmaliges Nutzen an der Wand mit einer maximalen Notiefe von 5,31 ohne zusätzliche Bearbeitung durchführen. Die einfache Struktur, das umfassende Zubehör und das beiliegende englische Handbuch ermöglichen eine leichte Installation, Demontage und Nutzung der Maschine. Die Gitterwärmeableitungsöffnungen am Gehäuse sorgen für eine effiziente Wärmeableitung, wodurch die Betriebstemperatur des Motors während des Langzeitbetriebs schneller abgeführt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Das selbstverwiegelnde Schutzdesign erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Anwendung. Der Punkt Nummer 3, Evolution R300 DCT Die brandneue Evolution Betonschneidsäge mit 300 mm Durchmesser kann Schnitttiefen von bis zu 115 mm erreichen, was eine höhere Kapazität im Vergleich zu den meisten führenden benzinbetriebenen Sägen bedeutet. Die Säge liefert eine konstante Spitzenleistung und verhindert, dass die Maschine unter schwerer Last zum Stillstand kommt. Im Vergleich zu benzinbetriebenen Sägen ist sie wartungsarm ohne Zugerkorde, ohne Benzin und ohne den Bedarf für regelmäßige Wartung, was Zeit und Geld spart. Die Gummikappe ermöglicht eine einfache Vakuumbefestigung, schützt den Benutzer vor herumfliegenden Fremdkörpern und optimiert die Staubunterdrückung und Ansammlung. Die Säge erlaubt mühelose gerade Schnitte in Bodennähe. Die Metallunterfahrschutzplatte schützt das Werkzeug und hebt die Klinge vom Boden ab, damit sie sicher abgelegt werden kann, wenn sich die Klinge dreht. Die Säge ist mit der Universal Purpose Diamantklinge von Evolution ausgestattet, die mühelos Naturstein, Granit, Ziegel, Pflastersteine, Stahlbeton und andere Mauerwerkmaterialien schneidet. Nummer 2 in unserer Liste, Rhein-Wähl Betonsäge Die elektrische Betonsäge besteht aus hochwertigen Aluminium- und ABS-Materialien, die solide, verschleißfest, schlagfast und rostfast sind. Diese Eigenschaften gewährleisten eine stabile Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer. Mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 3800 Umin und einem scharfen Diamantblatt kann diese leistungsstarke elektrische Betonsäge mit 3000 W mühelos Fliesen, Beton, Mauerwerk und andere Baumaterialien durchdringen, was ihre Arbeitseffizienz erheblich steigert. Die Säge ist mit einem reinen Kupfermotor ausgestattet, der starke Leistung, niedrigen Stromverbrauch, hohe Temperaturbeständigkeit und geringes Geräuschniveau bietet, um Ihnen eine bessere Nutzungserfahrung zu bieten. Darüber hinaus verfügt die Maschine über einen Gitterkühlkörper, der eine effektive Belüftung und Wärmeableitung ermöglicht. Das Paket enthält eine Saugpumpe und Wasserhinne, die staubfreies Schneiden ermöglichen, indem das Sägeblatt mit Wasser versorgt wird. Dies reduziert erheblich den durch Staub verursachten Schaden für den Bediener und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer des Sägeblattes. Die Nummer 1 in unserer Liste, Evolution R 230 DCT Kein teures Benzin oder Batterien, keine Ölwechsel und keine aufwendige Wartung erforderlich. Das Gewicht ist optimal über dem Schneidmesser zentriert, ohne die Belastung eines schweren Benzinmotors oder Batterien. Die Maschine wiegt lediglich 7,2 kg. Dank der verstärkten Unterfahrschutzplatte kann die Maschine sicher auf jeder Oberfläche platziert werden. Durch den erhöhten Winkel wird die Klinge vom Boden abgehoben, sodass die Maschine direkt nach dem Schnitt abgestellt werden kann. Ein integrierter Staubanschluss mit Gummikappe ermöglicht eine einfache Befestigung von Vakuumgeräten und Staubabsaugung. Ein großer, stabiler Klingenschutz schützt den Anwender vor herumfliegenden Fremdkörpern und verbessert die Unterdrückung und Sammlung von Staub. Die Maschine ist mit der General Diamant Klinge von Evolution ausgestattet, die eine hohe Diamant Konzentration für effiziente und saubere Schnitte bietet, ideal für Stein, Stahlbeton und Ziegel. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Betonsäge unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten. feuchten ENGRY 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 ENGRY